Komm wieder rein. Komm wieder rein. Er ist ausgebüxt. Seh schnell die Tür zu. Nein! Das war nicht mein Fehler. Mach Sitz. Oh Mann. Lass den jetzt. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Minecraft mit dem Spider. Hallo. Und mit einem Hundchen hier. Zwei, drei. Da hinten ist noch einer, aber der ist in der stillen Ecke. Guck mal. Kann ich die eigentlich auch hier? Weiß ich nicht. Probier's mal. Ich kann die nicht. Nein. Nö. Ich will auch einen Hund. Oh. Das war nicht ich. Oh. Es tut mir leid. Ich wollte den Knochen geben. Der nimmt keinen Knochen an. Der macht nur Sitz und Platz. Oder die sind gerade nicht paarungsfähig. Der macht auch nichts. Der Kleine will auch nichts. Ach so, vielleicht brauchen wir Fleisch. Vielleicht geht es mit dem Knochen gar nicht mehr. Vielleicht kann man da nur einen Wolf zähmen. Ja, stimmt. Aber jetzt ist er vergiftet. Jetzt hat er so grüne Blasen. Kaum dahergeholt, die Hunde. Schon vergiftet. So. Wieso gehe ich eigentlich mehr in den Haus? Das Fleisch haben wir ja Wendern im Lager. Ich habe ja hier keine Kiste mehr. Keine einzige. Oder meines... Wo ist der Hund hin? Die Sachen beraubt. Mein Hund ist abgehauen. Da ist er. Greif bloß nicht die Kuh an. So, du machst jetzt Sitz. Oh, der Wolf ist runtergefallen. Bei dir ist ein Gewusel im Haus. Jaja, ich muss auch nicht eine Hundhütte bauen. Ach so, es gibt Neuerungen bei mir. Falls man das noch nicht gesehen hat. A ist das Texturumpaket. Wieder das von der Honeyball. Das ist meine Kraft. Und ich habe Shader aktiviert. Ich habe es endlich ans Laufen bekommen. Ich nicht. Und da mein Texturumpaket, was ich bis jetzt benutze, das Full of Life meinte, ich laufe mit Shader nicht. Habe ich mich jetzt erstmal für meine Kraft wieder zurück entschieden. Was ich eigentlich auch immer damals ganz toll fand. Sieht allerdings jetzt alles ein bisschen... Wo sind deine Hunde? Im Keller. So. Ich habe aber vier jetzt. Warum? Was machst du mit meinen Hunden? Fleisch musst du geben. Ja, aber kein rohes, oder? Das geht nix. Ich habe gebraten, hast du gegeben? Ja, ich habe nur rohes jetzt. Willst du noch probieren? Oh. Ich brenne schon. Wie geht das? Ich brenne noch schon. Achso. Achso. Ich habe ja hier einen Ofen stehen. Das ist... Was habe ich hier für einen Boden, bitteschön? Das ist doch... Das geht nie. Granit, ne? Ja, ja. Das rote ist Granit. Das sieht eher aus wie Schwamm. Vielleicht ist doch da nicht alles upgedatet. Das sieht man ja auch hier unten am Fleisch. Aber die Türen sind schon mal aktuell, als ich das gesehen habe. Geht auch nicht. Dann sind die wohl auf mich geprägt. Oh. Dann tut es mir leid. Mich will doch auch einen holen. Dann musst du dir einen holen. Drei Folgen habe ich gebraucht. Ja, toll. Ja, hau rein. So. Wo brauche ich denn jetzt den Stall hin? Oh, die Hundehütte. Das könnte nur noch fertig brennen. Hundehütte. Bei Liesel mit dem Stall? Nein. Deshalb muss ich ins Lager. Ein paar Sachen wegbringen. Oh, jetzt hat meine Kürbisse auch Gesichter mit Wänkchen. Oh. Mit Wänkchen? Mit Wänkchen, ja. Was sind Wänkchen? Aber das Granit sieht gerade richtig scheiße aus. Was sind Wänkchen? Wie Wangen. Ich habe es verniedlicht. Wängerli. Wer war? Schwäberische Wängerli. Du vertreibst direkt. Wo haben wir denn Fleisch? Wo haben wir denn Knoppen? Ähm, weiss ich nicht. Also bei Zombiegeschmutter vielleicht? Bei Mobgeschmutter? Das könnte gut sein. Hier. Wo haben wir sowas wie Leder? Wie Leder? Genau. Gut, dann gehe ich halt diesmal ein bisschen Hunde suchen. Ja, dann first. Auf Nummer. Geh mal Richtung Ines und dann ein ganzes Stückchen über das Meer geradeaus. Da habe ich meine gefunden. Vielleicht spawnen er ja nochmal welche. Warum steht denn jetzt hier einer? Warum sitzt jetzt hier ein Hund? Nein, ist es nicht. Ja, warum sitzt er denn jetzt hier? Oder hast du... Hä? Hast du ihn nicht sitzen lassen? Ich habe nichts gemacht mit dem Hund. Aber warum ist er denn jetzt hier im Haus? Im Lagerhaus? Bist du Buggy? Jetzt hat er schon einen Namen, der Kleine. Ja. Haben wir noch einen Name-Tag? Ich glaube nicht. Der ist liebestoll, jetzt reißt er aus. Ich habe den gerade mit Fleisch gekriegt, hat er überall Herzchen. Muss eh erst dunkel werden, oder? Die Hund ist born, oder? Jetzt haut er ab. Das weiß ich nicht. Ja, komm mit. Ja, guter Hund. Geh nur das Schwein mit. Wo haben wir Leder? Wirst du mein Hausschwein werden? Mein Wachhundschwein? Hugo? Wo haben wir Leder? Das wird mein Wachschweinehund. Tierreste? Ist das Tierreste gewesen? Ja, es ist Tierreste. Irgendwo Fichte ist ja eigentlich... Gar nicht schlecht, oder? Fichtenwald. Ich glaube, da habe ich die auch gefunden. Ganz sicher bin ich mir aber jetzt nicht. Vielleicht sollte ich noch ein paar Schweinekeln für essen. Fall der Fälle. Ich weiß nicht, wie viele wir noch haben. Blumen! Wo sind Blumen? Die waren doch hier. Da. Was ist denn das? Ach, das ist ein Kessel und ein Blumentopf, habe ich ja gefunden. Wo? In der Hexenhütte, wo ich da noch da drin war. Ja. Ich habe einen Kessel mitgebracht. Ich dachte, ich kann mich hinter dem verstecken. Waffen, Waffen, Waffen oben. Komm her, du Schwein. Wo hast du die Schleimbälle hingetan oder hast du die selber behalten? Die habe ich irgendwo reingetan. Na, wo ist denn irgendwo? Ich habe dich bestimmt gefragt, wo kann man die Schleimbälle hinpacken. Da kam bestimmt sowas wie Rumpelkiste oder so. Ne, die sind bei, äh, ganz oben in der Mob-Truhe. Pfeile habe ich hier noch jede Menge. Pfeile. Pfeile. Werkzeug. Nochmal eine Werkbank. Hat man immer wieder gerne so Werkbänke. Wenn man da ganz viele von hat, ist das natürlich ziemlich nice. Wolle, Wolle ist hier. Das Schlimme ist, dass man Werkbänke viel zu viele craftet eigentlich. Ja, aber, ne? Dann ist man auch irgendwann immer zu faul zu laufen. Man weiß, man hat eine und das wäre irgendwie, keine Ahnung, man müsste bloß eine Etage höher gehen oder so teilweise. Aber man craftet sich immer schnell eine, weil man hat ja Holz dabei und geht schneller. Richtig. Ja, und wenn man halt unterwegs ist, man könnte sich ja eine mitnehmen. Aber nein, man craftet sich auf dem Weg fünf neue und nimmt sie dann auch nicht mit. Kürbisse. Was? Das ist ein Kürbisse. Kürbisse, ja. Kürbisse. 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 Oh, mein Hund schwimmt mit mir. Ich hab keinen Hund. Ja, du bist ja auf dem Weg. Ja, hätte ich das übertragen können, hätte ich dir ja einen gegeben, aber... Ich hab mir gedacht, ich kann mir vielleicht selber schnell einen ranzüchten oder so. Naja, geht ja nicht. Ich setze übrigens auf unseren Teich hier ein bisschen Seerosenblätter. Mhm. So mal eben 30 Stück oder wie viel ich hatte, ich weiß es nicht. Ich hab mir keinen Teich mehr, sondern nur noch ein riesiges Seerosenblatt. Ja, so ungefähr. Fische wären noch cool. Kann man die eigentlich auch hier in den Teich werfen? Nein. Das hier Fisch... Nein. Ich bin voll auf den Teichtrip gerade. Merkst du was? Nö, mag ich nicht. Nicht? Ich hab dich doch wegen Teichfolie gefragt. Ja. Wenn jemand Teichfolie übrig hat, sagt Bescheid. Ich brauche 1,60 mal 1,60. Oder direkt schicken an Postfach. Ich hab kein Postfach. Meine Eltern sind mein Postfach. Also, dann gib mal die Adresse raus. Vor allem, wenn ich nicht Bescheid sage, dass ich was bestellt habe. Und dann, wenn meine Eltern genauso draus sind wie ich mit, ähm... Wenn ich nichts erwarte, mache ich doch keine Tür auf. Ja, landen meine Pakete dann auch immer irgendwo, wo ich es eigentlich nicht haben wollte. Oh, du bist so süß, wenn du dich schüttelst. So, Hundehüte. Hü-hüte. Hüte. Merkst du was? Man soll doch keine Pudelmützen mehr tragen. Nicht im Sommer, ne? Jetzt, wo wieder Sommer wird. Heute Morgen hatten wir ja noch Herbst. Was? Mhm. Wo wir losgefahren... Ne, gestern war das. Gestern, wo wir losgefahren sind, hatten wir noch Herbst draußen. Kühe könnte ich auch mitnehmen, ne? Wo wir spontan Gartenmöbel gekauft haben. Das war eine Aktion. Naja. Er hat bestimmt schon bei Instagram und bei Twitter gesehen. So, jetzt habe ich mein Inventar leer gemacht. Und ich brauche Zäune. Ich glaube, ich bin bei dem Sumpfgebiet, wo du warst. Hm. Hm? Hm. Kann? Muss nicht? Wenn es dunkel wäre, könnte ich Schleimbälle mitnehmen. Hm. Ich weiß nicht. Ich habe ja nur einen einzigen gefunden, ne? Aber direkt so ein Monstervieh. Ja, und der splittet sich ja dann und dann droppen die Kleinen auch ganz viel. Zehn. Zehn Stück habe ich bekommen. Von einem großen Bobbel. Ich brauche Zäune. Wo zum Teufel haben wir Zäune? Warum sind diese Kisten so unordentlich ansortiert? Wo zum Teufel haben wir Hunde? Das weiß ich nicht. Beziehungsweise Wölfe. Hast du denn Knochen dabei? Ähm. Vielleicht. Also nein. Ich habe keine Ahnung, ob wir Knochen... Warte. Ja, natürlich. Wir haben eine ganze Kiste voll Knochen. Hm. Ha, ha. Hätte ich mir welche mitnehmen sollen, ne? Ha, ha, ha. Ich bin ja ziellos durch die Gegend gelaufen. Kam dann auf die Idee. Ach, komm, ein Hund. Ich weiß nicht, ob die 29 reichen, die ich dabei habe. Ja gut, 29 dürfte reichen. Ich hatte 20. Irgendwann. Wo haben wir denn Zäune verdammt? Stehe ich hier im Lager? Ja, Adam. Ich crafte die einfach weg hier sonst. Eiche, Birke, Schwarz-Eiche. Mein Haus ist ja Schwarz-Eiche und mache ich auch Schwarz-Eiche. Ja, komm mit. Ich komm. Kann man die Hunde eigentlich auch mit Nether nehmen? Müsste gehen. Ja. Warum auch nicht? Meinst du? Probier's doch mal. Ja. Ich hab ja jetzt vier. Kann ja nachzüchten. Ich war aber auch gerade in der Kugel. Ja, meine Pilzkugel macht Krach. Oh, es regnet. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Es regnet sogar richtig viel. Oh, jetzt hab ich sogar auf der Kamera, also auf mich drauf quasi, äh, hier Tropfen. 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 Ich hab ein Tropfen auf mir drauf. Tröpfchen. Was? Wo ist mein Hund hin? Ach, da, da ist er ja. Aber das ist jetzt cool, bei Nacht zu bauen mit dem Hund. Obwohl es ja nicht Nacht ist, es regnet ja nur aus Strömen. Du kriegst immer die coolen Sachen. Hallo, Golem. Hallo. Na. Fehl. Was fehl? Die sind daneben gesprungen. Du. Ja. Dumm. Bist du ein Hund? Bist du ein Hund? Der hat gerade genickt, obwohl er ein Hase ist. Stirb. Echt jetzt? Der hat mich voll angelogen. Der hat keinen Nickel. Eigentlich ist es voll dämlich, so weit wieder von zu Hause wegzulaufen. Nur für so einen Krackhunde, ne? Haben wir noch Schwarzeiche im Lager? Ich brauch nicht viel. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht, weil du hast ja alles hier aus, äh, hast ja renoviert, ne? Ja. Tropenholz. Schwarzeichenholz. Ja, doch, wir haben noch. Licht, Ali. Wuff. Gibt's die auch in Birkenwäldern? Ich, ja, hab ich auch, die ersten, hab ich im Birkenwald gefunden. Kommt doch her. So wird das nix. Oh, ich hab das Skelett gekillt. Ach so. Das war richtig schön hinterrücks angegriffen. Wie so ein Ninja. Ja. Huh. Huh. Stirb. Hund, töte die Spinne. Sehr schön. Das war ein Schaf. Schönes, schönes Wuffele. Schönes Wuffele. Mir finken. Ja, ich halte die Klappe. Was ist das, du? Ich würde jetzt, dass die alle gleich aufsehen gerade. Die sind alle schwarz. Vorher waren sie weiß, jetzt sind sie schwarz. Dann schreibt doch das Halsband. Kann man das? Oh, wie? Ja, Farbstoff nehmen und auf den Hund klicken. Geil. Das mag ich. Dam, tadam, dam. Hier sind keine Hundis. Habe ich was gemacht jetzt mal? Bloß weil es nicht geklappt hat. Ich habe mir auch gedacht, ich könnte mir da welche Klonen schnell. Naja. Habe ich mal wieder kein Glück. Oh, das tut mir sehr leid. Tut's dir gar nicht. Du denkst insgeheim so. Such du genauso lang wie ich. Ja. Vier Folgen. Drei, vier Folgen habe ich gebraucht dafür. Ja. Die erste ist jetzt schon wieder durch. Und ich habe nichts gemacht. Oh, Toto, du bist durch den Wald gelaufen. Ui. Hier brennt's. Wie? Hier brennt's nicht wirklich, aber da ist Lava. Ruf die Feuerwehr an. Ja, wenigstens bin ich dann hier... Oh. Wenigstens bin ich dann hier bei diesem Dreckswerte. Ich stelle mich hier an dem Baum unter. Ich habe noch ein bisschen Lava in der Nähe, um mich zu wärmen und ein bisschen Licht. Ich bin so kalt. Ich bin so einsam. Und? Kommst du mal bitte ins Gehege? Ui, fein. Nee, stelle ich lieber hin, falls das kommt gleich. Ja, können wir gerne machen. Mir ist so kalt. Nee, das nicht. Nein. War mir vorhin nicht. Jetzt habe ich ja meine coole Jacke an. Jo. Jo. Würde ich sagen. Tschüss. Wir haben die Zeit voll, aber nichts vorangekriegt, ich zumindest. Ich weiß nicht, was ging jetzt bei dir eigentlich? Bei dir hat man auch bloß gehört, ah Hundi, komm mit, ah Hundi, komm mit. Ich habe ein Gehege gebaut mit Unterschlupf für die Hündchen. Ich schäle mal ein bisschen die Rinde von dem Baum. Ich schäle mal die Rinde vom Baum. Ich brauche was zu essen. Wenn du sonst nichts zu tun hast. Jo. Lasst lieber mal bei Elia einen Kommentar in die Bewertung da. Meine Folge war jetzt nicht so brisant. Ich habe schließlich Shader an. Ich würde mich freuen, wenn ihr trotzdem beim nächsten Mal mit dabei seid. Bis dahin. Mich auch. Tschüss.